ARD Text im Auftrag von Funk Wenn sich ein Stippi bei uns einmischt, geht das nicht gut aus. Es kann selbst die schnimmste Katastrophe passieren. Uns wird es nie erwischen. Fass mich bloß nicht an! Wir sind ja an dein Schussi. Also, hörte dich besser nur an das, was du kannst. Auf dieser Schule sind echt deine Gestalt!